In diesem Video zeige ich dir, wie du einen wirklich leckeren Manhattan Cocktail selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Infobox. Für den Manhattan brauchen wir einmal Rye Whisky. Außerdem kommt da noch Vermoose Sweet hinzu. Sowie ein Spritzer Angostura Cocktail Bitter. Jetzt noch eine Menge Eis mit in den Shaker geben. Und das Ganze einmal gut durchrühren. Dann nehmen wir uns eine Cocktail Schale und seilen unseren Manhattan hier drin einmal ab. Noch eine Cocktail Kirsche dazugeben und fertig ist der Manhattan. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir der Manhattan geschmeckt hat. Und abonniere unbedingt diesen Kanal, damit du in Zukunft kein neues Cocktail Rezept mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.